So, ich glaube jetzt anschlafen mit den Effekt gleich noch 180. Das filmen wir jetzt. Das ist zu geil. Dann macht die Kamera an. Sieh, nein. Meistens so. Macht nichts, da hört die Spannung. Jawoll. Da konnte ich den werfen, wie wir jetzt alles reingangen. Wahnsinn. Wahnsinn. Schöner Dreh auch. Geil. Dann bleib einfach da. Und nicht bei dem Dart. Ja. Puh. Aber jetzt ist es geil. Come on. Jawoll. Es macht Spaß. Macht Spaß, der Dart. Oh, ich bin nicht den Meister, ey. Geil. Geiles Ding. Da war ich mir eigentlich fast sicher, wenn der rein geht. Dann wird er 180. Huhuhuhu. Wir sind knapp davor, Leute. Der hat Bock, der Dart. Ja. Erstmal Tops, gell. So ein bisschen knapp davor. Aber sowas von schön da oben, ne? Geil. Oh, wie viel Bock hier wieder. Jawoll, jetzt muss ich bloß noch das Tempo finden. Ja, finden. Geil. So, der geht da noch rein. Ach. Enttraum. Enttraum. Und den nage ich mir jetzt hin vom Tempo her. Und dann wird der mich für immer geil reich beglücken. Jawoll. Jawoll, der Wisch. Ja, ist er. Schön, das Ding. Oh. Also weiter hinten muss ich ihn nehmen. Der ist eigentlich zu lang für mich. Aber er hat eine doppel Mulde. Wenn er jetzt noch rauskommt, während dieser ganzen Mulde ich ihn nehmen muss, kann ich ihn nicht mehr schief schieben. Ah, der ist geil. Der ist geil. Der klappert zwar ein bisschen wie ein Skelett. So nenne ich ihn. Skeleton. Das ist Skelett. Ich hatte noch nie einen Dart gehabt, der gleich sich einen Namen angeboten hat. Der gleich geil war zu mir. So, Skelett, flieg. Jawoll. Jawoll. Jawoll, das Skelett fliegt. Ja, wie er fliegt. So, jetzt muss ich vom Arm noch ruhig werden. Dass ich einfach gerade durch. Ah, nein, hier. Ja, ok. Ah, schöne Drehung, da. Das skelettiert sich hier ein. Geil. So, jetzt wollen wir uns mal ins Businesswagen. Ja, ich würde das mal herkommen sehen. Das Skelett. Ja, weit weg bin ich nicht. Weit weg bin ich nicht vom Gold. Ah. Zu weit in die Richtung zogen. Ja, gut. So, da hinten den Ring mal probieren. Ja, da hinten den Ring mal probieren. Mach mal. Und dann natürlich dann im Oberkörper ruhig bleiben. So. Viertel 20. Das war so geil. Kommt da schon wieder hin. Mein Skelett. Das Skelettfinger. Das ist das Skelettfinger. Das ist ja auch wirklich. So komme ich wahrscheinlich auch drauf. Und jetzt die ideale Rolle, die ich von meinem Mittelfinger finde, wo ich hinein verstecken kann. Hinten nehme. Und so. Jawohl. Jawohl, ok. Das ist die Garage, die wir wollen. Und dann gewinne ich mich daran. Jawohl. Ups. Das war nichts. Jawohl. Da kommen wir in die Garage, ey. Ah. Abgesoffen. Garage. Ich brauche die Garageneinfahrt zu dem Ding. Garageneinfahrt ins Glück. Geil. Wahnsinn. Das habe ich noch nie gehabt. So einen neuen Ladeffekt. Der wirklich auch so Bock macht. Schauen wir mal, ob die Kamera noch an ist. Ich zweifle. Doch, sie ist an. So, ok. Geil. Ah, geil. Geil. Jetzt mache ich es noch einmal. Mit Lilly am Tonken. Hier. Jetzt habe ich ihn einfach rausgekaut. Das Skelett. das ist die Finger. Hier gibt es mal wieder starke Darts. Das ist der Geil. Das können wir nochmal zu bilden. Das habe ich noch nicht gemacht. Genau. Jawohl. 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 Ich habe ja früher meinen Darts immer zwirbelt. Oh, schön ins Feeling reingehen. Jawohl. 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 Das würde das Feld mögen. Wuppi. Passt. Geil. Ja, der ist natürlich lang und knöchig. Und den muss man jetzt gewöhnen. Können wir ihn weiter hinten nehmen? Ja, doch. Dann nehmen wir ihn doch lieber ein bisschen mittiger. Doch, doch hier, oder? Doch hier, wo er gemacht wurde, oder? Doch. Boah. Boah. Doch dafür, wo er gemacht wurde. Issa, wo bist du da? Wo bist du hier? Bist du hier für gemacht? Ja, wir dürfen nicht so fallen lassen, ne? Okay, okay. Nicht zum Glücksspiel machen. Einfach so dranbleiben. Geil bleiben. Uh. Du bist auch nicht Mervyn King. Du bist nicht Mervyn King, ne? Feelings come and go. Darts stay forever. Das ist gerade ein bisschen das Feeling für die Mitte vom Dart verloren, ne? Ja, das ist mein erstes 26, würde ich behaupten. Jetzt dreh ich ihn an. Waffi! Ich habe dir kein negatives Feeling in den Dart. Der ist so geil. Da kommt mir kein negatives Feeling in den Dart. Da kommt mir auch keins raus. Jawohl, da ist er. Jawohl, da ist er. So. Jetzt überlegen wir. Wo kommt er her, wo geht er hin? Wir dürfen am Anfang machen. Was ist so? Relativ, ziemlich weit hinten. Und an der Mulde. Ja, okay. So, ich bin nicht heute weg. Ich bin nicht weit weg. Der scheppert gleich. Es scheppert schon. Wuh! 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 Und jetzt schlecht. Ja, ja. Ja, ja, da geht er über. Ui, ui, ui! Was ist mit der Armschilderschrappe? Ich habe extra einen Leichter in den Dart genommen. Weil ich brauche was. Auch wenn mir der Armschlag schwach wird. Das mich nicht verlässt. Ja, das ist okay. Jetzt muss ich die minimale Kraftdosierung finden. Bei der er doch mal ankommt. Ja, sind wir jetzt falsch und rechts. Links. Da ist natürlich Kraft draus, Mensch. Kriegt er auch noch. So gerade. Ach, schuldigung, das kommt. Gib ihm. Ja. Da. Ich muss da Platz lassen, da drüben. Damit da war ein... Ui, ja. Vorbei. Ich bin jetzt zu niedrig, Dati. Der Freund merkt. Der Dart will schon. Der will schon eine 180 machen. Und du willst ihn jetzt auch. Boah. Und verrollt das letztes Jahr. Oh ja. Ja, ja, ja. Er ist schon da. Er ist schon da. Irgendwo da ist er. Irgendwo hier. Bei der Mulde. Irgendwo hier bei der Mulde ist er. Der Mulde mit der Dosierung. Ja, ja. Ja, ja. Da ist er. Irgendwo da will er. Es ist ein will er. Oh ja. Will Smith auch. Oh. Oh. John Trabeutel. Letztes Jahr. Uff, uff, uff. Schild um die Dribble 20 Aufbau. Das muss man leider. Leider. Oh ja, Simon. Okay. Oh ja. Oh ja. Da will er. Da will er. Jetzt er. Komm mal. Komm mal. Oh. Silberblick. Oh ja. Florians Silberblick. Sollen sie lachen. Ja bitte. Komm mal. Komm mal jetzt. Oh. Geil. Oh. Oh. Subgeil. Ah. Wie war man da. Er will. Er will so gerne rein. Nimmt das Ding noch auf. Ich hab keine Ahnung. Jetzt machen wir das. So. Jetzt machen wir das. Vamos. Vamos ins Vamos. Ab ins Warme. Was war das denn? Ja du brauchst einfach die Ruhe am Gerät hier. Die Geilheit. Ich bin da zu machen. Boah. Skelettfinger. Skelettteil. Ich muss den Namen ein bisschen anpassen für die mehr Geilheit. Jetzt bin ich zu weit drüben und weiß nicht genau rum. Hürgen, Kopf. So. Ab in die Mulde. Ja genau. Schau. Also da bin ich zu weit drüben. Wenn wir ihn weiter vorne nehmen. Genau so. Ich muss diesen Dart mastern. Ich mach jetzt nicht mehr das Board. Das Board ist jetzt bloß mal eine Anzeige. Für wie sehr ich den Dart gemastert habe. Das Board ist jetzt nichts mehr wert. Die Punkte. Es zeigt bloß mal an, wie geil ich den Dart kontrolliere. Oder er mich. Geil. Geil. Wie er einschlägt. Jawohl. Da ist noch meine Kollege. Ja ja. Ich krieg den schon. Ich krieg den schon. Boah. Geil. Geil. Das ist das neue Dart-Fügel, oder? Uff. Jetzt war nichts. Jetzt war jetzt auch nichts. Aber ich merke es in meinem Oberarm. Ich muss unbedingt da was machen. Deswegen ja Darts auch bei mir. So. Jetzt locker durchziehen. Hoch. Hupi. 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 Machen wir mal eine schöne 100. Muss ja noch was arbeiten. Ach. Jetzt hatte ich mir gedacht. Jetzt könnte die 120. Jetzt könnte die 180 kommen. Gleich verzogen. Kleiner, seit der Angst. Wapi. Hol zwei Dribbel. Ne. Ich hab vorher noch mit dem Ding einmal auf. Ich hab einmal auf Bull geworfen bisher. Einmal. Direkt Bullseil. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn das Ding. Oh. Oh. Hätte ich jetzt nicht so versagt. Schön am Durchzug arbeiten. Nimm der Drinn. Oh. Semen. Das ist genau das. Was ich meinen. Schön am Durchzug arbeiten. Entfernen. Hier. Der Goavenmektar. Oh. Ich will so ein Goavik hier. Mit dem. Skeleton Goavik hier. Oh. Come on. Come on. Wo ist er? Wo bist du? Wo brauche ich ihn? Wo nehme ich ihn? Da nicht, da nicht, das ist der Vorrat besser. Oh, das wird da was. Aber der macht mir Spaß, der da. Ups, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, aber der da macht mir Spaß, aber mein Oberarm macht mir mal mit. Ich krieg da eine Lebenserscheinung, das ist eine Scheiße. Da muss ich was Relaxes finden. Nur hoch und geradeaus und fertig. Schade, schade, was mach ich da bloß? Dann soll ich was finden. Ein schönes Dartspiel. So, jetzt machen wir mal eine schöne Aufnahme, wie wir es vorhin gesagt haben. Ja, okay. Den können wir aufbauen, im wahrsten Sinne. Jawoll! Schau's da an. Schön aufgebaut. Geil, also ich werde ihn mir zu eigen machen. Das Dartfieber ist da. Ich glaube, ihr habt es gemerkt. Arrivedios.